Den Boden kannst du mit Spaten und Schaufel auskoffern. Dann wird er mit Schotter wieder aufgefüllt. Das macht man, um einen festen Untergrund zu haben und als Frostschutz. Hier sind auch andere Materialien möglich. An deine Hauswand kommt als Schutz eine Noppenfolie. Den Schotter in mehreren Ebenen aufbringen und immer wieder mit dem Rüttler verdichten. Die Fläche muss trittfest sein. Plan für diese Arbeit einige Stunden ein. Die Fläche wird mit dem Rüttler verwendet. 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 Die Fläche wird mit dem Rüttler verwendet.